Du bist nicht irgendwer, Clark, und ich glaube fest daran, dass du aus einem Grund her geschickt wurdest. All die Veränderungen, die du durchmachst, wirst du eines Tages als Segen betrachten. Und wenn dieser Tag kommt, musst du eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung, ob du dich den Menschen voller Stolz offenbarst oder nicht. Wenn du eine Veränderung in deinem Leben haben möchtest, musst du eine Entscheidung treffen. Nutz deinen Schmerz, um dich damit anzutreiben. Es gibt keinen Grund, deinem Herzen nicht zu folgen. Geh nicht durch deinen Schmerz, wachs durch deinen Schmerz. Alles, was sich im Leben lohnt, ist mit einem Risiko verbunden. Es fängt erst an, wenn du nicht mehr kannst. Du hast Träume in dir, du hast Ideen in dir, die aus dir rauskommen möchten. Halte sie nicht zurück. Konzentrier dich mehr auf die Lösung als auf das Problem. Viele Menschen leben nicht ihre Träume, weil sie ihre Ängste leben. Konzentrier dich nicht weg. Solks Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerz Und dann Die Schmerz Und dann Die Schmerz Die Schmerz Die Schmerzen ażer